8.000 Jahre ist es alt und doch immer wieder anziehend, das Schneverdinger Piezmoor mit seinem bizarren Landschaftsbild und einer geheimnisvollen Stimmung. Ein wiedervernässtes Naturschutzgebiet, das auf kilometerlangen Bohlenstiegen auch für den ungeübten Wanderer direkt begehbar ist. Eine faszinierende Hochmoorlandschaft, das Schneverdinger Piezmoor. Regenerierte Torfstiche mit leuchtend grünen Torfmosen, Birkenstümpfen und Wollgras stehen im Kontrast zu den Heideflächen auf trockenen, kargen Böden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020